Näher es so, das ist gewisse artlich soch, jetzt nass tot sei besonderer Spruch. Und an der Ausred hert mir Spall, ob einer kimmt von Rikerschwall. Von je stott, ober zinstewo. Warum? Das ist nu immer so. Es hat a immer jeder Art so sei besonderer Redensart. Die wird, wo's sei ka, a geführt. Bei uns, das hör ich absolviert, da heret mir auf Zeiten imu, die Redensart nur näher es so. Wir wollen zum Beispiel nahme a, ma sorge zu im Handwerksma, was a sich bei der Sache gedacht, Warum o schkot es so gemacht, wenn da nicht gleich wäs, was a nu, seltsung, da sprich der, näher es so. Ich hotte alte Lindnern gefrocht, worum se sich näher noch so plocht, seh doch galt. Und wer fei a, schu ene ganz beriemde Fra. De lacht se und sorgter zu, das mach ich halt ich näher es so. Im Zeblitz, im Gefangenhaus, guckt enner um zum Fensterhaus. Und unten steht sei freind und fragt, was hatte dich do neigebrocht? Da spricht, worum ich sitzen du? Das ist ganz efer, näher es so. Mein Nachbar hielt der Pfarr für frem, weil in de Kerche a, det kum, an jeden Sonsch und feiert wo. Ich dacht mir, das ist so ne Sach und frech jetzt noch ein Grund dazu. Da spricht mein Nachbar, näher es so. Was mehn dir aber, dass mer wohl von sicher gottsfurcht halten soll. De boch, da kriegen a, alle dich, sei fra und kinder von ne Schlech. Ich fragt, worum? Nu dente mu, da sorgter wieder, na, äh so. Gewiss geht's manchen nicht so fach, worum ich sicher fahr schon noch. Nu, wenn mich inner frechen det, s käme wieder auf die Salbe riet. Was soll mer sich schenieren do? Ich misst a, sprachen, näher es so.